Heute ein Reaktionsvideo von mir auf MontanaBlack und ich habe ein Video von ihm gefunden und zwar das hier. Und ich wollte am Anfang eine Live-Reaktion machen auf dieses Video, aber dann habe ich überlegt, das wird viel zu lang werden. Ich habe schon angefangen das Video zu machen, aber dann habe ich gemerkt, das wird viel zu lang werden, weil das Video allein geht schon 25 Minuten und dann rede ich ja lange nicht, weil wir uns das Video anhören. Und das wird einfach viel zu lang, das wird ein einstündiges Video und das wird sich einfach niemand angucken. Von daher habe ich mir einfach wichtige Punkte rausgeschrieben und möchte darauf reagieren und sagen, was Monte da besser machen könnte, wie er das alles umsetzen könnte und dass das alles ganz einfach ist und wie er seine kognitive Dissonanz loswerden könnte. Das ist dieser Kampf im Kopf, den man hat, dieses ich liebe Tiere, ich esse Tiere, wie man das auflösen kann. Und von daher, ja, dieses Video dazu meine Vorstellung erstmal. Ich bin der Eugen, ich habe einen veganen YouTube-Kanal. Ich bin spezialisiert auf Ernährung und Krankheitsprävention mit Ernährung. Und deswegen möchte ich etwas dazu sagen, weil ich denke, ich könnte ihm da ziemlich hart weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn er dieses Video hier sieht. Ja, er braucht darauf nicht reagieren, irgendwie ein Video dazu machen oder was auch immer. Das soll privat, ne, kann er das behandeln, einfach nur, damit er das anguckt und sich ein bisschen inspirieren lässt. Vielleicht, vielleicht bringt das ja was bei ihm, weil ich sehe bei ihm Potenzial, das ist einfach die Sache. Genau, deswegen habe ich damals das Video über Kollegah gemacht oder zu Unge. Bei Unge war das was anderes, weil der ist ja schon Veganer. Aber ihr wisst, was ich meine, ja, ich habe einfach damals auf seine Videos reagiert, weil er wirklich mit Aufklärung angefangen hat, was ich natürlich mega krass fand. Aber natürlich, ja, hat es am Ende doch nicht geklappt, weil er dann alles wieder zurückgenommen hat. Und von daher, er ist ein gigantisch großer YouTuber. Ich bin auf Monte gekommen durch meinen großen Bruder. Der hat gesagt, dass er die Videos von ihm geguckt oder die Streams. Und deswegen habe ich mal nach ihm geguckt und habe herausgefunden, dass er sich mal vegetarisch ernährt hat. Und er hat eine kognitive Dissonanz, ne, der hat diesen Kampf im Kopf, dass er nicht damit klarkommt, dass er für den Tod von unschuldigen Lebewesen verantwortlich ist. Und deswegen, so bin ich auf ihn gekommen. Dann habe ich dieses Video auch gefunden und möchte ihm da weiterhelfen. Er könnte sich vegan ernähren, wenn er es wollen würde. Und das wäre auch die einzige Lösung für seine kognitive Dissonanz, für seinen Kampf im Kopf. Das würde ihm einfach so dermaßen weiterhelfen im Leben, wenn er sich wirklich vegan ernähren würde. Und das erkläre ich hier, wie man das alles machen könnte und warum er es machen müsste eigentlich. Ich habe ganz deutlich gesehen in dem Video, dass er wirklich sehr damit hadert, mit diesem ganzen Tiere töten und dass du hingehst und dir die Hände nicht schmutzig machen willst. Und du kommst selber aber damit eigentlich überhaupt nicht klar. Aber darum geht es hier in diesem Video. Ich habe mir die ganzen Punkte hier aufgeschrieben. Das werden wir jetzt besprechen. Er war wohl eine Zeit lang Vegetarier, so wie ich verstanden habe. Aber jetzt aktuell ist er nicht mehr Vegetarier. Wenn ich mich nicht täusche, könnt ihr mich korrigieren. Und was ich am Anfang sagen wollte in diesem Video hier, wo wurde auch Unge gezeigt. Also hier geht es ja um Unge, steht ja auch im Titel. Und da sagt Unge halt etwas, was ich einfach nur katastrophal finde. Und er hat halt diese Einstellung wie Rezo. Das wusste ich gar nicht, dass der Unge hingeht und sagt, ja, jeder kann ja machen, was er will. So, ne? Ja, die essen Fleisch, jeder kann ja machen, was er will. Hände in den Schoß legen. Ganz genau dieselbe Einstellung hat ja Rezo. Beide mit gigantisch großer Abozahl in einem siebenstelligen Bereich. Und dazu habe ich so ein Bild. Es gibt so ein gutes Bild dazu. Und zwar das hier. Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Und das ist ganz genau der Punkt, den ich so übel nehme, dem Unge und dem Rezo. Der Rezo hat ja auch mal gesagt, ja, dass jeder Mensch selbst drauf kommen soll. Deswegen mischt er sich da nicht ein. Deswegen promotet er Veganismus nicht. Absolut unbegreiflich, wirklich so eine Reichweite haben. Und die nicht zu nutzen und zu sagen, oh ja, jeder kann machen, was er will. Nein, nicht jeder kann machen, was er will. Jeder kann machen, was er will, solange er niemandem schadet. Das ist der Punkt. Man muss Menschen helfen. Darum geht es. Vor allem, wenn man Reichweite hat. Man muss den Menschen die Hand reichen und sagen, komm, ich helfe dir. Das, was du machst, ist nicht richtig. Und ich erkläre dir, warum das so ist. Die Lebensmittelindustrie macht Produkte nicht, um dich gesund zu machen, um dich zu nähren. Die macht es, um Geld zu verdienen. Deswegen tun die da die ganzen Chemikalien rein. Deswegen haben die keine Ahnung, was die Lebensmittel, die sie verkaufen, im Körper der Menschen machen. Geh mal zu einem Eierproduzenten und frag den, was macht das Ei im Körper des Menschen? Glaubst du, der kann dir antworten? Oder was? Natürlich nicht. Der hat keine Ahnung davon. Der verkauft dir einfach nur, weil er Geld machen will. Die Lebensmittelindustrie will nichts Gutes für dich. Sie will nur Geld verdienen. So läuft das System nun mal. Und von daher muss man den Menschen darauf aufmerksam machen und ihnen helfen dabei. Und das zu verstehen. Zu verstehen, das solltest du essen, das solltest du nicht essen. Okay, deswegen, die Lebensmittelindustrie scherzt sich nicht um die Gesundheit der Menschen. Sie scherzt sich also allgemein nicht um die Menschen. Sie scherzt sich nicht um die Tiere. Die Tiere sind denen völlig egal. Die machen da irgendwelche, damit es schneller geht. Hier mit den Chick-McNuggets machen wir so ein Laufband und am Ende steht so ein Mixer. Dann legen die die Küken da drauf und dann werden die geschreddert. Die Küken, das ist denen völlig egal, dass Tiere dabei sterben, dass Menschen sterben. Die Menschen sterben dann an den Krankheiten, die sie von den Tierprodukten kriegen. Von daher, das muss man den Menschen sagen. Man muss die Menschen aufklären und nicht die Hände in den Schoß legen. So wie Unge und Rezo. Eine absolute Katastrophe. Katastropheneinstellung sowas einfach. Und das finde ich auch mega egoistisch sowas. Einfach sagen, mir geht es gut, ich mache alles richtig, aber ich erzähle das niemandem. Ich werde nicht aufklären, ich werde den Menschen nicht helfen. Ziemlich, ziemlich übele Einstellung. Und dann kommen wir jetzt zu Monte. Monte sagt, er könnte keine Tiere schlachten. Er findet es feige, jetzt Tierprodukte zu kaufen, obwohl man das selbst niemals machen könnte. Das Tier selber schlachten und die Nahrung selbst gewinnen. Das könnte er nicht machen und das findet er feige. Und deswegen, das nennt man kognitive Dissonanz, dieser Kampf im Kopf. Und von daher wollte er Veganismus ausprobieren, was er denn auch hat. Das Video ist ja schon ein paar Monate alt. Und auf jeden Fall. Oder der hat auch im Video gesagt, dass er mal Vegetarier schon war, vorher. Also man sieht schon, bei dem führt alles im Leben dazu, dass er immer wieder so einen Kampf im Kopf hat mit diesen Tierprodukten. Dass es falsch ist und er weiß, dass es falsch ist. Ich sehe da viel Potenzial bei ihm. Aber der muss das natürlich durchsetzen und halt im Kern verstehen, warum er es macht. Wenn das Warum groß genug ist, dann wird man zum Vegetarier oder zum Veganer. Vegetarier macht keinen Sinn, aber dazu kommen wir gleich. Das Warum muss groß genug sein. Es ist egal, was du im Leben machst. Du willst ein Auto haben zum Beispiel. Und wenn dein Warum groß genug ist, warum du es haben willst, wirst du alles andere machen dafür, damit du dir den Wagen leisten kannst zum Beispiel. Oder du willst erfolgreich sein im Job oder du willst diese Frau haben, du machst entsprechend so viel dafür, wie groß dein Warum ist. Je größer dein Warum, umso mehr tust du dafür. Und wenn sein Warum groß genug ist, warum er sich vegetarisch oder vegan ernähren will oder sollte, dann wird er das auch machen. Aber sein Warum ist halt nicht groß genug. Er sagt, er will nur auf Fleisch verzichten und nicht auf alle Tierprodukte, sagt er explizit. Und das macht natürlich absolut keinen Sinn. Das ist halt der Punkt. Vegetarier, ich habe hier so ein Video, kann ich euch gleich auch unten verlinken. Ich bin Vegetarier für die Tiere. Das ist so eine Sache, die man verstehen muss, die so elementar wichtig ist, die einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Als Vegetarier machst du mehr Tierleid als ein Fleischesser. Das liegt daran, dass wenn du das kategorisieren würdest nach Schaden, Schaden am Tier zum Beispiel, du vergibst Punkte, du trittst ein Tier ist Schaden 1, du stichst mit einem Messer ist Schaden 2, verstehst du? Nach so einem System, dann stellst du fest, dass der größte Schaden an Tieren in der Milchindustrie gemacht wird. Also vegetarische Produkte, Milchprodukte, das ist was die Vegetarier essen. Und jetzt, wenn du sagen würdest, dass die Tierprodukte oder das Fleisch, das du normalerweise isst, ersetzt durch vegetarische Tierprodukte, also Eier, Milch, Milchprodukte, dann hast du mehr Schaden als vorher. Weil diese Produkte, die machen mehr Schaden als das Fleisch, das du gewinnst. Weil die Tiere, auch die, wenn jetzt alle Menschen auf dem Planeten Vegetarier wären, die Tiere werden immer getötet. Man beutet die aus und wenn die nicht mehr ausgebeutet werden können, tötet man die. Weil die verbrauchen ja Nahrung und Wasser. Und man muss sie töten, wenn sie nichts mehr hergeben. Wenn du eine Kuh vergewaltigst hast und geschändet hast und die Milch aus ihr immer gewinnst und ihr Kind immer weiter tötest ihr Leben lang. Irgendwann gibt sie keine Milch mehr, tötest du sie, weil sie ist für dich nutzlos. Deswegen, Vegetarismus macht null Sinn. Es macht einfach null Sinn. Ich nenne Vegetarismus auch die Heuchlerernährung. Das ist so eine Heuchlerernährungsform, weil man so tut, als würde man irgendwas für die Tiere empfinden. Würde man etwas Gutes für die Tiere tun und das tut man nun mal nicht. Ich habe viele Videos über Vegetarier gemacht und das ist mein allerbestes. Deswegen zeige ich das hier. Ich bin Vegetarier für die Tiere. Und das ist einfach, man sieht schon auf dem Bild, das ganze Tierleid, das Vegetarier verursachen. Und ich habe hier auch so ein schönes Bild. Wer das hier zum Beispiel nicht kennt, hier Vegetarier, Milchindustrie. Könnt ihr euch mal angucken, durchlesen. Und das ist einfach hier vor allem das letzte Bild, rechts unten. Und, ne, könnt ihr euch mal angucken. Und deswegen ist das so, dass Vegetarismus nun mal, ne, machst mehr Tierleid als vorher. Und deswegen ist Vegetarismus auch nicht die Lösung. Aber das weiß man auch, wenn man so ein bisschen ehrlich zu sich selber ist. Und man ganz genau überlegt, ja, warte mal. Aber diese ganzen anderen Tierprodukte, Eier genauso, ne, unendliches Tierleid, aber das größte Tierleid, Milchindustrie, wow, das ist ja, ne, davon ernährt sich ein Vegetarier zum Großteil. Weil, äh, das willst du nicht machen, wenn du sagst, du willst Tiere schützen, dann musst du Veganer werden. Das ist ganz genau die Ernährungsform, die hingeht und die Tiere rausnimmt aus der Ernährung. Ja, die haben nichts mit den, mit der Ernährung des Menschen zu tun. Und das stellst du auch fest, wenn du dich mal, äh, mit der Wissenschaft beschäftigst, zum Beispiel mit, äh, den gesundheitlichen Auswirkungen. Ja, dann stellst du zum Beispiel fest, äh, hier links sieht man zum Beispiel aus was Tierprodukte bestehen, rechts sieht man aus was Pflanzen bestehen. Da siehst du, die haben nichts gemeinsam und links ist das alles, was Krankheiten auslöst. Deswegen liest du immer von irgendwelchen Krebs durch Fleisch und so, ne, Milch ungesund verursacht Allergien, Parkinson und so weiter. Woher kommt das? Das kommt, weil sie die Inhaltsstoffe dafür haben, die Tierprodukte, ja. Alle Tierprodukte bestehen aus dem Links. Das Fleisch, das so mega ungesund ist, besteht aus den Sachen, die links stehen. Daraus besteht Fleisch, okay. Und ein Ei oder Milch besteht aus den Sachen, die links stehen. Es besteht aus denselben Inhaltsstoffen. Es ist doch genau das gleiche, es sieht nur anders aus. Es besteht aus denselben Inhaltsstoffen. Von daher, wenn man das auch mal geschnallt hat, ne, dann merkst du auch, dass das auch keinen Sinn ergibt, ne, aus gesundheitlicher Sicht. Und, äh, wie das, ich das Beispiel gemacht habe, mit den, mit den, äh, alle Menschen auf dem Planeten sind Vegetarier, leiden dann Tiere. Ja, ja, dann leiden Tiere, dann sind Milliarden Kühe, sind dann da, die jeden Tag geschwängert werden mit einem Metallstab, ne, kann es auch Vergewaltigen, äh, nennen. Und sobald sie ein Kind kriegen, wird das Kind genommen, umgebracht, damit der Mensch die Milch klauen kann, ne. Und von daher ergibt Vegetarismus null Sinn, ne, es ergibt einfach keinen Sinn. Das ist, äh, früher hat man Vegetarismus, ähm, äh, genannt eine rein pflanzliche Ernährung, ne. Dann hat, äh, hat sich der Begriff gewandelt und dann sind Tierprodukte in den Vegetarismus reingekommen und dann gab's, ne, hat sich, äh, ein Teil gelöst davon, das nennt man Veganismus, ne. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Vegetarismus Tierprodukte enthält, ja, aber so hat sich das entwickelt. Und vor allem von daher, und das hat sich entwickelt und es gibt Vegetarismus deswegen, weil Menschen sich mit Nahrung befriedigen wollen, die brauchen diesen Geschmack, die wollen Eis essen im Sommer, ja, ihre Milcheis. Und ihre Pizza mit Käse drauf, ja, und darauf können die nicht verzichten, deswegen haben die das wahrscheinlich eingebaut in den Vegetarismus, was natürlich null Sinn macht, weil du damit unendliches Tierleid förderst. Äh, so, und dann der nächste Punkt, äh, er liebt Tiere mehr als Menschen, sagt er, ja, das hört man auch ab und zu, aber sehr, sehr selten eigentlich, er kann sich keine Videos über Massentierhaltung anschauen, also da siehst du, er ist, äh, natürlich der geborene Veganer, genau wie alle Menschen, der Menschen, der Mensch ist ein Pflanzenfresser, wenn du dich mal damit beschäftigst, ne, habe ich auch mehrere Videos sehr zu empfehlen, werde ich hier alle natürlich unten verlinken, ja, da gehe ich die Physiologie durch, äh, eins der stärksten Merkmale sind die Zähne, ne, alle kommen immer mit diesen Stummeln, die der Mensch hat, ne, äh, wenn ich dir diese Stummelzähne, diese Schafen hier wegnehme, dann, und dir mal eine reife Karotte gebe, dann wirst du feststellen, oh, die kann ich nur essen mit diesen Zähnen, ne, du brauchst diese Zähne für Pflanzen, um Pflanzen, du musst die Oberfläche brechen, wie isst Bugsbein seine Karotte, so? Nein, da isst sie so, ne, weil du die Oberfläche brechen musst mit den scharfen Zähnen, ne, nur mal so als kleiner Hint, und auf jeden Fall, äh, jeder von uns ist Veganer von Natur aus, weil wir hundertprozentige Pflanzenfresser sind. Ähm, er fühlt sich nach solchen Videos wie Massentierhaltung sehr schlecht und würde das Tier am liebsten retten, und, äh, aber, ne, er ist nicht in der Lage, das umzusetzen, aus was für immer auch Gründen, ja, es ist entweder Geschmack, höchstwahrscheinlich ist das Geschmackssinn, ne, ich kann mir eigentlich keinen, wirklich einen anderen Grund vorstellen, und natürlich kann es sein, dass das einfach in seinem Leben einfach zu schwer ist, im Sinne von den ganzen materiellen Sachen, die er hat, zum Beispiel, äh, fährt irgendwelche dicken Autos und sowas, ne, und dann, ne, kann er da keine Ledersitze benutzen und sowas, ne, aber das ist auch so eine Sache, die sehe ich ein bisschen anders, ne, ich sehe das so, wenn, wenn, wenn Monte jetzt Veganer werden würde, muss er nichts wegwerfen, der muss nicht seine Autos verkaufen, weil die Ledersitze haben, oder was auch immer, das muss der alles nicht machen, du musst nichts wegwerfen, weil der Schaden ist schon gemacht, der Schaden ist ja schon gemacht, nur natürlich als Veganer gehst du nicht extra hin und kaufst dir eine Lederjacke, zum Beispiel, ne, aber das, was du schon hast, dann kannst du das Ganze auch behalten, und es gibt alles in veganer Form, ja, auch die ganzen Innenausstattungen von Autos und Jacken mit Imitatleder, was auch immer, es gibt alles in veganer Form, genau wie es alles zu essen in veganer Form gibt, ja, in jedem Supermarkt kriegst du mittlerweile hier die Patties, womit die du dir Burger machen kannst und vegane Pizzen im Lidl und veganes Eis im Aldi und veganes Eis hast du so und so in jedem Laden, ja, es gibt, alles gibt es in vegan einfach, nur man muss einfach wollen, ne, das Warum muss stark genug sein, das ist einfach der wichtigste Punkt. Und ja, man merkt schon, dass es ihm sehr, sehr ans Herz geht mit den Tieren, er kann solche Dokus nicht gucken und sowas, klar, weil das aufs Gemüt drückt, ne, weil man weiß, man ist selbst dafür verantwortlich, ja, und wenn man, ne, etwas richtig machen will im Leben, dann hört man auf damit, das zu fördern, ja, wenn du es nicht gucken kannst, dann solltest du es vielleicht nicht fördern, ja, ich kann mir angucken, wie Bananen gepflückt werden, ja, deswegen fördere ich das, deswegen kaufe ich Bananen, man muss da einfach ein starker Mensch sein und starken Charakter haben und verstehen, dass Nahrung auch nicht dazu da ist, um dich geschmacklich zu befriedigen, sondern um dich zu nähren, ne, Kalorien brauchst du und Nährstoffe, dafür ist Essen da und nicht um sich geschmacklich zu befriedigen, oh, ich brauche aber jetzt diese Käsepizza, ne, brauchst du nicht, sei ein starker Mensch, okay, und ist einfach mal was anderes, von daher, das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dann sagt er etwas mega Interessantes, was ich ihm auch mega hoch anrechne, er sagt, er hält nichts von Biofleisch, er nennt es sogar Schwachsinn, ja, Biofleisch zu kaufen oder das als Argument zu benutzen, ja, dann kauf doch Biofleisch anstatt normales Fleisch und er begründet das damit, dass er sagt, da das Tier am Ende eh getötet wird, okay, und das ist halt ganz genau der Punkt bei Biofleisch, ne, genau, Bioprodukte machen natürlich auch, genau wie Vegetarismus Nullsinn, ergibt Nullsinn, es ist völlig egal, wie das Tier gehalten wird, es wird am Ende getötet, wie findest du das, wenn man dich irgendwie gut hält und am Ende wird man dich aber töten, wie findest du das, ne, was für eine Rolle spielt das, wie man dich gehalten hat, okay, das ist einfach nur, ähm, Bio ist einfach nur nichts anderes als schlechtes Gewissen beruhigen, stimmt, ich hab hier auch ein Bild vorbereitet, hab ich auch ganz vergessen, auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, das sind die Tricks der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel, indem man sagt, Nutztiere, ne, es gibt keine Nutztiere, es gibt nur Tiere, dann ist der Mensch hingegangen, hat sich ausgedacht, wie kann ich das schlechte Gewissen der Menschen beruhigen, äh, erfinde ich einfach mal irgendwas, ich, irgendein Wort setze ich vor das Wort Tier, zum Beispiel Nutztiere, ne, und schon ist das auf einmal was anderes, ne, natürlich ist das nichts anderes, aber für den Menschen, ne, der heuchlerisch leben will, weil er diese Tiere weiter essen will, aber die Tiere sind ihm ganz wichtig natürlich und, äh, von daher hat man ein Wort erfunden und jetzt, ähm, ja, ist das auf einmal was ganz anderes und die Sache ist die, bei uns sind Nutztiere, äh, was sind das, Hühner, Schweine und so und in China sind das Hunde und Katzen und, oh, ne, du merkst auf einmal, ne, dass das eine Erfindung des Menschen ist, das entscheidet jeder willkürlich, was ein Nutztier ist, ne, genau das gleiche bei Fleisch, äh, man verkauft Fleisch, das ist ganz schlecht, weil man, das will man nicht fördern und das ist ein totes Tier und ich will kein Geld dafür bezahlen, äh, was macht man da, um den, die Menschen, so gesagt, zu verarschen, um so zu tun, als wäre es irgendwie was anderes, das wurde gut gehalten und sowas, als würde es irgendeinen Unterschied machen, setzt man ein Wort davor, Bio-Fleisch und schon haben die Menschen ein besseres Gewissen und können dieses, dieses, äh, Fleisch jetzt auch einmal kaufen, Bio-Eier, Bio-Milch, ne, als hätte das irgendeinen Unterschied, Leute, ne, die Tiere werden genauso geschändet, die werden genauso umgebracht, die Kühe werden genauso vergewaltigt dafür, denn die Kinder werden genauso umgebracht und die Kuh wird ausgebeutet ihr Leben lang, immer sobald ihr keine Milch gibt, wird sie von neuem geschwängert und das Kind wird wieder weggenommen, ne, und so geht es immer weiter, wenn man sie schwängert, sie gibt keine Milch mehr, wird sie umgebracht, ne, deine Bio-Milch, ne, ganz genau, ne, der Punkt Haustiere, es gibt keine Haustiere, es gibt nur Tiere, ja, bei dem einen sind diese Haustiere, irgendwo in Indien sind irgendwie Kühe Haustiere oder was auch immer, ne, auch wieder willkürliche Entscheidungen des Menschen, genauso wie Haltung, es gibt keine artgerechte Haltung, es gibt nur Haltung, jedes Tier wird dann, wird irgendwie gehalten, es gibt kein artgerecht, artgerecht ist nur die Freiheit, okay, das ist der Punkt, den man verstehen muss, artgerecht ist, alles was ihr hier grün seht, ist das schlechte Gewissen zu beruhigen, dafür stehen die grünen Wörter, dafür wurden die erfunden, weil du kannst einem Menschen das schlechte Gewissen ein bisschen nehmen, dem du artgerechte Haltung auf die Verpackung schreibst, oh ja, das Tier wurde gut gehalten, auch noch Bio, oh, das kaufe ich, ne, so leicht kann man Menschen verarschen, genauso wie humane Schlachtung, das auch so leicht zu erklären, wie wäre es, wenn man dich human schlachtet, wie wäre es, wenn man dein Haustier, deine Katze oder deinen Hund human schlachtet, findest du nicht gut, wenn man dich human schlachtet, zum Beispiel, ne, was ist für dich human schlachten, es gibt natürlich kein human schlachten, das ist so ein unfassbar schwachsinniger Begriff, das an Schwachsinn nicht mehr zu überbieten, humane Schlachtung, die Tiere werden tot gestreichelt, tot gekitzelt, oh du süßes, du süßes Tier, ich streichle dich jetzt zu Tod und das Tier ist am Lachen und freut sich, ne, und stirbt dann voller Freude, ne, und Menschen glauben an sowas, die glauben an humane Schlachtung, die fallen da drauf rein, die sagen, oh ja, aber das Tier, diese Tierprodukte esse ich, weil die Tiere wurden human geschlachtet, die fallen tatsächlich darauf rein, die glauben, es gibt humane Schlachtung, ne, human, ja, irgendetwas ist menschlich, etwas ist okay, normal, ne, hat man erfunden, damit die Tiere, damit die Menschen Tierprodukte kaufen, ne, so einfach kann man die Menschen übers Ohr hauen, von daher, das auch sehr, sehr wichtig zu verstehen und Monta hat das erkannt, ne, das ist natürlich absolut Hut ab dafür, dass er das erkannt hat, dass das natürlich nichts anderes ist als Heuchelei und dann sagt er auch sehr, sehr schön, Tiere werden geboren, um geschlachtet zu werden, ne, sagt er ganz genau und das ist der Punkt, ja, Bio, nicht Bio, hat, spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle. So, er liest dann den Chat, finde ich sehr interessant, ich kann mal kurz zurückswitchen, er liest den Chat und, ähm, sagt dann, nein, das, da steht also im Chat, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen, ändert das nichts daran, dass Millionen Tiere getötet werden, ne, und darüber hat er sich auch so ein bisschen aufgeregt, ist natürlich wieder, jetzt kommen so die typischen 0815-Phrasen, ne, von den Leuten, die ein schlechtes Gewissen haben, äh, ja, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen, dann ändert das ja nichts, weil die anderen essen ja weiter Fleisch, well, mit dieser Einstellung wird sich im Leben niemals etwas ändern auf der Welt, ne, jede Veränderung auf der Welt beginnt mit einem Menschen, ja, irgendein Mensch hat sich irgendwann mal gedacht, oh, warte mal, die Sklaverei ist falsch, ne, und dann hat er mit jemandem darüber gesprochen und so ist das entstanden. Irgendwer dachte mal, okay, das und das ist falsch oder das und das muss geändert werden, es fängt immer mit einer Person an, irgendwer muss doch der Erste sein, der die Idee hatte, oder? Deswegen natürlich, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen, wirst du die Welt ändern, weil du hörst auf, Fleisch zu essen, es wird dir dieses Fleisch, was du normal gekauft hättest, äh, wird nicht, wird nicht an dich verkauft, deswegen verkaufen die ein Produkt weniger, deswegen machen die weniger Umsatz, deswegen müssen die weniger produzieren, ne, ist zwar infinitesimal klein, aber, oder marginal klein, aber du verstehst, ne, dass das schon einen Einfluss hat, genau wie ein Tropfen in den Ozean den Wasserspiegel anhebt, aber nur marginal klein, aber du veränderst natürlich die Welt und dann redest du darüber und es gibt mittlerweile 28 Millionen Veganer, glaubst du, die haben keinen Einfluss, 28 Millionen Menschen, die null Tierprodukte kaufen, glaubst du, das hat keinen Einfluss, oh, das hat einen verdammt großen Einfluss, denn deswegen siehst du in allen Supermärkten alles voll mit Veganprodukten, überall steht Vegan drauf, schon mal aufgefallen, ja, das liegt ganz genau daran, natürlich wirst du alles ändern, eine Person ändert alles, ne, es fängt immer mit einer Person an, Veränderung beginnt immer mit einer Person, so, dann sagt er, er würde Fisch essen, weil er es töten könnte, es schmeckt ihm aber nicht, deswegen ist er kein Fisch, äh, naja, das ist auch so eine Sache, natürlich ist Fisch genauso ein Lebewesen, das Leben will, genauso darf man auch keinen Fisch töten und niemals vergessen, ne, die Inhaltsstoffe davon, ne, sind die, die links stehen, das sind immer dieselben Inhaltsstoffe, die einen krank machen, ne, deswegen ein Tierprodukt ungesund, alle Tierprodukte ungesund, ne, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein, von daher, ne, das macht natürlich keinen Sinn. Schreibt, dann schreibt noch einer in den Chat, Biofleisch kann man mit besserem Gewissen essen als Fleisch aus der Massentierhaltung, und das ist ganz genau, da hat er es ja selber gesagt, der Typ im Chat, ne, er hat ein schlechtes Gewissen, deswegen kauft er Biofleisch, weil er dann ein nicht so schlechtes Gewissen hat, also ein bisschen besseres Gewissen, aber immer noch ein schlechtes Gewissen, ne, sonst würde er den Kommentar nicht schreiben, deswegen, ne, wie wäre es, wenn man aufhört, ein schlechtes Gewissen zu haben, also, indem man aufhört, Schlechtes zu machen, wie wäre das als Lösung, ne, wo ist das Problem, ist, du isst einfach kein Fleisch und natürlich auch keine anderen Tierprodukte, weil nur das Sinn ergibt, keine Tierprodukte zu essen, von daher, ja, immer dieser Punkt, ne, mit diesem schlechten Gewissen, ja, wer kein schlechtes Gewissen haben will, der sollte aufhören, Schlechtes zu machen, so einfach ist das, ne, dann schreibt noch einer im Chat, es gibt Unterschiede beim Schlachten, äh, und das ist ganz genau, und das haben wir ja schon gerade mit Humanschlachten, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ja, wie wäre es, wenn man dich human schlachtet, ja, auch wieder so eine Gewissenserleichterung, indem man Fleisch kauft von Tieren, die irgendwie, äh, erst mal betäubt wurden, dann getötet wurden, ne, das ist alles so eine einzige Farce, das ist unglaublich, und dann sagt er, er, äh, konnte sich früher nicht mal angucken, wie ein Löwe eine Gazelle frisst, äh, und, ähm, halt, dass er überhaupt nicht damit klargekommen ist, sich sowas anzugucken, ne, das hat er nicht übers Herz gebracht, äh, aber, und daran siehst du halt, dass er halt der geborene Veganer ist, der wirklich auf diesen veganen Weg gehen will, aber irgendwas hält ihn fest, ich weiß ja nicht genau, was es ist, äh, deswegen sehr, sehr schwer, vielleicht sind das die materiellen Dinge, äh, äh, die er irgendwie, vielleicht denkt er, er muss das dann alles wegschmeißen oder sowas, ne, was absoluter Unsinn ist, und von daher, das waren so die Punkte zu dem Video, ich denke, ich habe alles abgearbeitet, äh, ja, ich habe noch ganz am Ende natürlich ein sehr, sehr gutes Bild, ein abschließendes Bild, was ich ihm zeigen möchte, und zwar das hier, ähm, das bringt es auch so auf den Punkt, du darfst niemals den ernährungstechnischen Bereich vergessen, du darfst niemals vergessen, dass, äh, man immer wieder hört, Tierprodukte im Zusammenhang mit Krankheiten, weil das liegt daran, dass sie die Inhaltsstoffe haben, und du hast, äh, vielleicht schon mal von Studien gehört und sowas, die das zeigen, und da darfst du einfach eine Sache niemals verkennen, wenn jemand ankommt mit, naja, aber es gibt auch Gegenstudien und sowas, da darfst du niemals vergessen, dass, ähm, diese Studien gibt es zu Tierprodukten, aber nicht zu pflanzlichen Produkten, hast du schon mal gelesen, äh, Erdbeeren verursachen Krebs, nein, du hast mal gelesen, vielleicht, Erdbeeren, Erdbeeren verhindern Krebs, das liegt an den Inhaltsstoffen, ne, weil die haben die Krebshämmer drin, die hier, ne, Antikarzinogene zum Beispiel, tierische Produkte haben, Karzinogene, deswegen kriegt man Krebs davon, und von daher, das Bild hier ist einfach so gut, das bringt es einfach so dermaßen auf den Punkt, und ja, das wäre das allerbeste für Monte einfach, ne, das sollte er machen für sein Gewissen, für sein Leben, er würde sich so besser fühlen, dieser, diese ganze, dieser ganze Stress im Kopf, deswegen, ne, immer wenn man Tierprodukte ist und sich denkt, ah ja, ich mach da jetzt wieder was Falsches, einfach aufhören, Falsches zu machen, okay, und vegan werden, das ist alles nicht so schwierig, das ist alles mega einfach, das ist alles, dieser ganze Test, der da drum herum gemacht wird, das ist einfach alles nur, ja, einfach nur Panikmache, nichts anderes, Veganismus ist so einfach, du gehst ins Geschäft und kaufst nichts Tierisches, sondern Haferflocken, Rosinen, Mandeln, die ganzen Milchsorten, ja, Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, Reismilch, was auch immer, ne, es gibt so viele Sachen, und Obst, Gemüse und alles, was du willst, Hirse, Buchweizen, Amaranth, die ganzen Sachen, Nudeln, alles, ne, das ist alles vegan, und Eis gibt's auch überall, veganes Eis und alles, was du haben willst, ne, das ist heutzutage alles gar kein Problem mehr, auch wenn es ein Problem wäre, muss man es trotzdem machen, okay, weil man es einfach machen muss, weil du einfach, ja, ein guter Mensch sein willst, du willst Gutes machen, du willst dieses ganze Leid nicht mehr, du willst diese kognitive Dissonanz im Kopf nicht mehr haben, ja, du willst Gutes machen, also mach Gutes, von daher, Leute, das war das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, ähm, das waren meine Ausführungen, die ich ihm ans Herz lege, ich hoffe, er wird das Video sehen, was natürlich extrem unwahrscheinlich ist, aber, well, wer weiß, von daher, ne, geht den veganen Weg, Monte, äh, geht den veganen Weg, wenn du irgendwelche Tipps brauchst oder sowas, ne, komm zu mir, ich werde dir weiterhelfen, und, ähm, das war das Video, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, das wäre super nett, teilt das Video, oder schickt das Monte oder sowas, wäre auch mega gut, und, ähm, wir sehen uns im nächsten Video, wie immer, bleibt dran, Peace.